Ein herzlich Willkommen in das neue Video, äh nicht neu, das Video Bauer, oder Roman Baut, versucht zu bauen. Ähm, ich hab früher eigentlich nur mit Live gemacht, heißt Live, nur ich hab überlegt, weil ich hab, ich will jetzt nicht neu, ich will nicht sagen neue App, nur, ich hab gesehen, dass ich nur, nur mit Minecraft Live bin und hab fast kein Video mit Minecraft gemacht. Darum mach ich so, dass Bauer, äh Minecraft Bauer mit Roman, vielleicht mit einem anderen Gast, ich muss ihn nachher mal, ich frag ihn mal, dass der mit mir dann hier mitbaut und der, naja, wenn das fertig ist, dass er dann richtig cool aussieht und so. So, es kommt noch ein Live, ein Live, kommt das nochmal, vielleicht mit ihm, vielleicht ohne ihn, muss ich noch gucken. Man muss ihn erstmal fragen, der kann, ich kann jetzt nicht sagen, komm mal hier so an, der, ich hab ihn schon angeschrieben, der hat ne halbe, ja, ich will jetzt nicht eine Stunde Video, eigentlich muss das Video bei 2 raus, weil so ab 16 Uhr muss das Video drauf sein, war schon 15 Uhr, und darum, ja, das Video wird ein bisschen lang gehen, ja, ein, schon. Darum, ja, heißt Leute, bitte, ähm, wenn das von euch, das nächste Live wird dann vielleicht übernächste Woche sein, und ich wollte nur sagen, wenn das ein echtes nächste Video kommt von, ähm, Bauer mit Roman, vielleicht mit, mit Chaos 41, ja, Chaos, der wird aber vielleicht seinen Namen auch noch kurz ändern, dass er, man seinen Kanal besser sucht kann, darum, ja. Wenn 3, ähm, Likes kommt, dann kommt das nächste Video. Für sich her, wenn ein ganzer Monat jetzt kein kommt, dann muss ich einen Monat warten. Heißt bitte, oder 2 Likes. Okay, ich mach das runter. Wenn 2 Likes kommt, kommt das nächste Video. Also, ja, das ist erstmal unser Haus. Ich will dann so nochmal schon wohnen. Ich hab halt Sachen schon gebaut, gemacht, ich wollte heute eine Technik-Tür bauen. Und, ja, so, so eine Technik-Tür, so eine Technik, dass wir dann, ja, Technik. Und lägen ins Abstand, äh, am Start. So. Wir fangen gleich auch gleich mit der Tür an. Einmal, man steht ihm, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht, bohne ich jetzt nicht mit dem Video jetzt machen, und darum, will ich den Boden jetzt, nur, wo ich die Förder gemacht habe. Aha, der geht? Wieso legt den Sommer? Handy. Du weißt, Leute, wer, ich sehe mich. Gut raus, ja, ich muss kurz gucken, das c Mouse. so ich habe koko das kann noch weiterlegen nur ist nicht schlimm ich glaube doch schlimm denn die doch mit so und dahinter ja ich kann das weg ich glaube dass jetzt ausbreitet ist es ein block hoch er denkt man die fütte es muss doch ein eins muss noch ein bisschen näher das geht ja wir bauen erst mal es soll jetzt auch nicht schön aussehen aber schon sehr schön aussehen nur in anfang kann das wir verbessern es noch darum ich habe gesehen dass man so 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 leute folgt mich auch auf tiktok da heiße ich roman runterstech janik kann man da snacken wollen wir mal gucken wer so ein ehre mann ist also ich habe so eine art gesehen weil sie jetzt nicht sicherheit egal da musst du doch besser mit dem das machen ja ich verbessere es noch unser eier leute wer kennt wer kennt wer kennt der glockloch noch wenn dann ich sagte ich versuche mein mod rauszuladen für unsere gott was hab ich dir angekündigt mal kurz wir tanzen kurz wir tanzen kurz uga 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 und der rene geht so gut klappt immer darum ja ja wir kurz leute mal kurz pause okay nee ich hab da ich hab mir nachbekommen leider nicht von äh von kars 44 ich sag ich der muss seinen namen sofort ändern tut mir leid für ihn nur es gibt auch ein echt ich hab kein problem dass einer ihn liebt nur seinen namen einfach dann denkt alle so oh meinst du den echte oh mein god okay ich glaub jetzt denkt keiner mehr der echte nur ich hab ein gefühl dass einer denkt gleich dass der echte muss genau das gleiche bauen so ich glaub das sind 12 blöcke hoch dann hier so hab ich ja auch hier was gebaut ja hinter so ist man ich hab Angst wenn jetzt wenn ich das jetzt hier kommt mir leute wer sich sehr gut mit mein kopf auskennt ja irgendeinen kleinen tipp kann man auch gehen wenn das okay ist dass ich dann schon ein bisschen weiß dass ich sagt dass ich dann sagen könnte nur ich hier blablabla blablabla dass ich dann schon weiß dass ich dann schon weiß dass ein paar lücke ich glaub das muss dann hier sind ich glaub hier schon hochgehen dann hier ja wie das mal aus geworden ja da geht es oben nicht darum muss ich ein block platz hier so okay Leute drückt so schnell abonnieren und dann gleich Klöcker drücken und dann auf alle und dann gleich lassen und dann passiert das da okay es gibt zu oh leid ich hab schon Fehler gesehen ja ich brauche noch ein bisschen Platz weil für die Klaas oh was ich jetzt bin ich jetzt benutze und jetzt hier okay ist auch schon gut hier Leute gucken dass das eine geht hier oh es geht schon alle ach so ich gucke nochmal hier geht nur die Rolle okay wer sich ich passe ich gucke immer genau wie ich es machen was so so ja okay das geht ich will jetzt kein Klaas oder so ein Platz in den Daumen mache ich das besser hier mal machen wir ich will so ein Tunis bereichen die man mit mir ich will muss der Blöcke kommen die tun so ein bisschen reichhaft ja das finde ich sehr gut das sieht geil aus so hier so zu ja es sieht nicht perfekt jetzt aus nur weil ich empfehle ich will jetzt ist nicht alles abbauen wie lange geht es schon nicht mehr es wird in diesen Art wie versteckt das kann man sehen kann ich finde das hier passt nicht darum baue ich das hier ab und benutze hier normales holz das hier finden klok klok wollte ich gerade sagen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Platz wo man aufmachen kann aber besser ja wo Minecraft stürzt ab ja leute hashtag stürzt ab bitte drauf schreiben wer Minecraft liebt das passiert gerade bei mir das bei mir Minecraft das ist einfach das ist das Handy einfach das ist dann ich wollte auch sagen es ist ein Mod das mein das ist das einfach das Handy ist das ist echt generell du dich ich will jetzt nur das Handy jetzt nur das ist einfach richtig scheiße ich kann mit wir jetzt kein neues Handy kaufen dann ist es nutzlos für mich dann dann hab ich schon so lass ich es auch ich brauch schon einfach mit Piu Piu so So. Dann kommt man hier rein. Erstmal, was hier nicht geht. Wieso geht das jetzt nicht? Jetzt mal kurz auf den Schalten. Oh, hier bist du ab, weil, dass ich den Scheiter trinken kann, dass ich dann, ja, ja, ich muss gucken, wie es ist. Okay, ich musste kurz meine Mutter was sagen gerade, darum ging es gerade kurz nicht. Und, ja, jetzt soll meine Mutter, nee, ich meine, ich saue, ich fühle jetzt nicht, kein falsches Wort, kein falsches Wort sagen, vielleicht nur, das war ein falsches Wort. Ist es immer noch? Ja. Okay, Leute, sagt ihr, heute wird das Video mit Rom und versucht, eine Tür hin zu platzieren, was nie geht. Heißes Video vielleicht? Ähm, ja. Ich bin Bauer, Hof Flo. Bauerhof Flo bin ich. Heute heiße ich mal Flo. Ich bin schon groß und viel heiße, Florian. Ne, keine Ahnung, Leute, die jetzt Florian heißen, ne? Ich bin heute ein Bauer von Flo. Ja. Okay, Leute, ganz kurze Pause. Ich muss kurz auf dem Klo. So, kleine Pause nochmal. Ähm, ich bin jetzt, ja. So, ich baue jetzt schnell und dann, wenn, dann ist das Video. Hä, wieso ist das jetzt da unter jetzt nicht mehr? Alter, Gleise. Ich versuche, was zu machen und dann schaffe ich es nie. So, wieso geht es jetzt? Ah, ich bin dumm. Ich mache es schlau. Doch, doch, logisch. Ja. Jetzt gucken Leute, Mr. Flo. Ja. Ich würde gerade sagen, Mr. Roman sagen, nur. Ich heiße heute Flo. Ja. Sorry, wenn jetzt Flo gesagt haben, nur. Es gibt paar Leute, die, äh, paar doofe Leute, die auch Kinder, die Flo heiße beleidigen. Heiß so, Flo, iiii. Geh weg, Flo. Du hast nur Flo auf dem Kopf. Oh ja. Ja. Da denkst du nur so. Ah, Leute, ich wollte noch sagen, für das Video, dass ich morgen kein- Och, sieht scheiße aus. Es tut mir leid noch. Es muss so sein. Ich kann da nichts anderes machen. Darum sieht es wie ein kleinen Haufe aus. Ich versuche es schlimmer zu machen. Muss schauen, was ich schon habe. Es tut mir leid, dass es so scheiße aussieht, nur. Das ist mein Baukunst. Darum, ach scheiße ey. Ich mache echt alles kaputt. Sorry Leute. Ich bin ganz kurz ein Glas kaputt machen. Ich glaube alle, das Spiel bitte nicht abstürzen. Es sind noch paar Minuten, zwei Minuten. Dann kannst du abstürzen. Kannst du danach abstürzen? Jetzt nicht. Ja. Okay, Leute. Ein Hoch auf mir, weil ich es eigentlich geschafft habe. War kurz. Ich brauche eine magische Hand. Vielleicht das. Was zu machen. Ja, Leute. Das ist mal sichern. Das ist ja natürlich die Schlüsse für uns. Oh scheiße. Ich will es schön haben. Heißt, Leute, wenn das ein bisschen da, was ich da gebaut habe, scheiße aussieht, dann schreibe einfach. Scheiße. So, wir gehen jetzt zu die einmagische Glock Glock und Glocke daran. Und das Video ist... Tschüss. Leute. Ciao. Wow. Vielen Dank.